Karius oder Lute, wer steh' ich heut' drin? Wir ham' da mal nen Vorschlag, stellt den drin. Ach, wir werden wundervoll, das kann doch nicht so schwierig sein, dann bleib garantiert auch unser Kasten rei. Wir hatten mit dem Torwart schon immer Glück, drum schauen wir auch gern' mal auf euch zurück. Igratschack, Linker, Diekewitz, obwohl die Kopf die scharfen Blick mag die Beukat, Kosche, Busken, Köpenick. Auch die Ungenannten verehren wir für so manche Rettung bei unserem Spiel. Der Fels, der in der Brandung steht, wird nicht einfach weggeweht. Jetzt gern die Lute unser Spiel belebt. Ayo! Wah, cámara!